Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Ein kaltes Getränk auf der langen Autofahrt. Frisches Grillfleisch bei der Party am Baggersee. Das Leben ist angenehmer mit einer Kühlbox. Doch Kühlbox ist nicht gleich Kühlbox. Während einfache Modelle oft nur ein lauwarmes Ergebnis abliefern, sorgen Kompressorkühlboxen unabhängig von der Außentemperatur für echte Minusgrade. Bis hin zu minus 22 Grad Celsius zum Tiefkühlen. Und das dauerhaft, solange sie mit Strom aus der Autobatterie oder einer 230 Volt Steckdose versorgt werden. Überdies ist die Wunschtemperatur exakt einstellbar und für Thermostat geregelt. Na, da kann der Sommer ja kommen. Insgesamt habe ich 5 Kompressorkühlboxen hier miteinander im direkten Vergleich. Als nächstes möchte ich euch die Kompressorkühlbox von Voltu vorstellen. Mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern verfügt die Kühlbox über 2 Abteilungen. Einen Gefrierbereich und einen Kühlbereich. Der Gefrierbereich wird mit 2 Trenngittern unterteilt. Du kannst je nach Bedarf verschiedene Zutaten oder Getränke lagern. Die vertikale Bauweise spart Platz und macht die Kühlbox geeignet fürs Auto und Wohnmobile. Die Temperaturregelung geht von minus 22 bis plus 20 Grad Celsius. Die Kühlbox mit Kompressor hat eine schnelle Abkühlgeschwindigkeit und eine hohe Luftdichtheit. Auch bei ausgeschaltetem Gerät kann die Kälte für lange Zeit gehalten werden. Über das Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige kannst du die Kühlbox bequem steuern und die Funktionsweise überprüfen. Die Kühltruhe ist mit einem dreistufigen Batterieschutzsystem ausgestattet, sodass du dir bei der Verwendung keine Sorgen um die Sicherheit machen musst. Fazit Diese Kühlbox hat mich sehr überzeugt. Toll finde ich die Möglichkeit der Tiefkühlung und der einfachen Kühlung. Sie sieht super aus und ist einfach zu transportieren. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.